Radio PSR deckt auf. Unglaubliche Geschichten aus Sachsen. Henriette Fee Grützner und Steffen Lukas auf dem Friedhof. Sie fragen sich zu Recht, warum? Also es gibt Geschichten, die muss man einfach erzählen. Und eine dieser Geschichten erzählen wir Ihnen ab Montag. Radio PSR deckt auf. Stellen Sie sich mal vor, eine Frau, die zweifelt den Tod ihres Babys an und macht sich auf die Suche und landet dann auf dem Friedhof, weil sie nämlich das Grab ihres Kindes öffnen lässt. Und was sie dort findet, das ist wirklich unglaublich. Radio PSR deckt auf. Unglaubliche Geschichten aus Sachsen. Montag geht's los bei Radio PSR.